warum sind da eigentlich so Eisendruckplatten? äh wo? ja vor den Metaportalen ja ich hab den Creeper Kopf du hast sie? ja du hast den Creeper Kopf? ja iiiiiii alter ey das war jetzt mühsam aber wir haben es geschafft ja jetzt bring ich mich kurz noch um komm tötet mich los bring mich auch am besten einmal unter oh ich will wissen was passiert ich glaube es passiert was tolles ich warte auch auf dich da einfach damit du das noch siehst ja ne ich bin ja beim spawn jetzt ach so hat sie in die Luft gejagt so ach da bist du und Creeper Kopf setzen und hier sind hier sind Achtung Achtung nicht 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 ah ja ich hab den lilanen Wollblock ah gut lila ist hier äh ach so ja lila das ist ein bisschen ich versteh das nicht hier kommt jetzt lila pass auf jetzt geht gleich erst der hoch und jetzt fällt es gleich hm so da da Patsch sehr schön und next oder? ja natürlich wir müssen das ein Einzug durch machen du so blaue warte das ist jetzt Dropper ach da musst du wie weißt du bei der Map der Dropper einfach irgendwo runterspringen und im Wasser landen ok komm her wir werden nur teleporten ach so stimmt ey nicht wegschubsen so so werden wir beide drin alter was fällt da von oben runter so wo sind wir ich hab eben alles vorgelesen jetzt die zwei Seiten was? ja ich hab eben die zwei Seiten ähm gut ähm gut äh 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 gut okay ich muss einmal die clouds ausmachen ja ich hab sie glaube ich also ich hab die clouds off so meine clouds sind off wir gehen erstmal in die grüne go ins grün äh grün wow hier drop pass auf pass auf äh äh wohin wohin fuck ist hier keine Ahnung gestorben ich hab den Kopf gesehen aber äh wie soll mein Leben hin lol hier irgendwo Wasser hier ist auch kein Wasser okay 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 ich seh den Kopf soll man den Knopf was ist das denn soll man den Knopf im Fall drücken das geht nicht oder das geht nicht äh ich versuch's mal mein Gott ich muss genau anvisieren du äh nein ja ich hab ich hatte ihn ich hatte ihn aber ja als ich gestorben bin mach als ich gestorben bin war ich mit dem Fahnenkreuz drauf hä wie soll man denn da überleben bitteschön ja das hä das muss doch nur im Fall sein so guck mal da fliegt ne Wolke ja äh hast du die nicht ausgestellt? ähm ich lese mal das Schild vor äh wo ich grad gestorben yay you das kann ich jetzt nicht lesen weil da steht du bist gestorben no you can dance äh wow wow ach so ich kann das sein dass wir auf dem Block landen müssen ja was guck ich gerade aber das wär zu einfach weil man sich einfach ne geht nicht ich bin auf weil dann könnte man sich einfach genau in die Mitte stellen weil da einfach genau in der Mitte ist okay aber hier ist doch nirgendwo Wasser ne nirgendwo 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 ne echt nicht also da sind Sandblöcke immer mal wieder im Kies kann das das sein? ne aber ich das ist halt irgendwie so ein bisschen nirgendwo 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 glaub ich glaub ich angucken oder? so ich kann's mir jetzt teilweise angucken hier ich steh da sind ah ich weiß ich weiß was was? Schleimblöcke der die Menschen die da sind die haben Schleimblöcke ah stimmt die haben Schleimblöcke ok ah nein ganz knapp ah ok dann würde ich Leertasse dabei trinken weil dann wirst du gleich abgefedert oh man ja ne das ist verdammt schwierig ah ich bin genau auf der Hand daneben gelandet ok ja das geht eigentlich für mich oh ich bin ich bin ich bin zack ich bin auf nein jetzt bin ich gestorben ja weil du musst Leertasse trinken ich hab's aber ich hab's ach du was dann haben wir dann gehen wir jetzt lila haha ok machst du Drop? ja oh 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 ok lol ich muss mich erst mal sammeln oh Gott man muss das Wasser ich hab's beim ersten Mal geschafft nein geschafft haha ich hab's beim ersten Mal geschafft so Geld so was wo ja was lol äh warte mal kann man auf am Anfang auf einer Treppe landen da so ein bisschen schummeln ok da war ein bisschen zu spät weißt du dass man dann einfach die Treppe runter geht ja ne ich ich keine Ahnung du ah da ja warte ich doch das geht das ah da hat gar ne Tür geknallt ne ich glaube das geht nicht oh 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 ah laterals was was über Das steht wie geht das denn ich glaube das geht echt nicht oh ho Ich bin schon ziemlich weit gelandet beim ersten Clemente nee 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 geht nicht geht nicht man muss da wir so wieder wird keine Ahnung donít wir schauen unten gut dann hol uns hier raus mensch jetzt ja natürlich ich mal generieren ja da wird man ja ja ich bin auf der braunen kante gelandet du musst richtig aufpassen warum habe ich ein papier ich weiß auch nicht hast du auch ich habe auch ein papier ja jetzt weiß ich diese dieses braune teil das ist kurz vorm wasserbecken da darf ich jedes mal ich bin bei blau gestorben natürlich ich war land ich lande auch mal auf dem roten ich lande da ständig auf dem roten kriegt jedes mal papier wieder auch wenn ich habe das nämlich gerade mal weg wir sind beide gleichzeitig gestorben papier keine ahnung vielleicht zurück hier ganz normales papier ganz normales papier kein mann das das macht ein irre dass das macht ein bürger art kacke meine leiche hat es geschafft muss was aber sicher aber leider kann die leiche den knopf nicht natürlich alter das ist richtig schwer ich hab's ja wir haben es gleichzeitig einfach geschafft ja du sagst das ist einfach so ja muss da rein tun ne ach stimmt das kann hier da rein ne ja so ja ich hab'n hund gehört hallo ok geh auf hä sag nicht dass das spiel lehrger uns äh so ok ok irgendwie hat das war das komisch äh warte man hat ein level um das umzugenommen vielleicht scheiße ok jetzt müssen wir das einfach nochmal machen warum auch immer wir waren doch unten wir haben es gerade einfach gleichzeitig da geschafft einfach so zufällig also das Papierstück soll man da ja reintun ne ja nee dann sind wir zurückgesporen hä